Fünf Filme bei Disney+, die nichts mit Star Wars, Marvel oder Disney zu tun haben. John Woo's Face-Off mit Nicolas Cage und John Travolta gehört zu den großen Actionfilmen der 90er Jahre. Hat man einmal die recht absurde Story rund um einen Körpertausch akzeptiert, bekommt man einen sehr gut gespielten und unterhaltsamen Actionfilm geboten. Bei Tony Scotts Unstoppable ist der Name Programm. Der temporeiche Film handelt von einem Spezialeinsatz von zwei Zugführern, die einen unbemannten Zug mit explosiven Material stoppen müssen. Denzel Washington, Chris Pine, Tony Scott – eine eindeutige Empfehlung. Joe Pesci spielt in Mein Cousin Vinny einen etwas zwielichtigen Anwalt, der direkt nach seinem Abschluss einen Mordangeklagten verteidigen muss. Den Job kriegt er aufgrund von familiären Verflechtungen und der Film funktioniert als Komödie mit gutem Wortwitz und zugleich auch als gutes Gerichtsdrama. Heute als Reihe mit hochwertigen CGI-Effekten bekannt, erschien der erste Planet der Affen-Film schon in den 60er Jahren. Ein starker Sci-Fi-Film, der sich mit dem Umgang der Menschen mit Tieren beschäftigt und eines der ikonischsten Enden der Filmgeschichte bietet.